Und ich bezeuge, dass Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillahi, Rabbil Armin. Ich begrüße euch zu unserer wunderschönen Unterrichtsreihe, liebe Geschwister, über die Widerlegung der Scheinargumente der irregegangenen Sekten. Und tatsächlich ist diese Zeit eine Zeit der Fitner. Das heißt, Alhamdulillah, wir freuen uns über jeden, der zurückkommt zur Religion, der bereut bei Allah, azzawajal, und den Weg der Rechtleitung beschreiten möchte. Und subhanallah, wenn er seine Drogen lässt, wenn er seine Sinner lässt, wenn er seinen Alkohol lässt, wenn er die Glücksspiele lässt, dann kommt er zur Religion und denkt, dieses ist jetzt ein klarer Weg, den ich beschreiten kann. Aber er findet viele Leute leider auf seinem Weg, die nicht den richtigen Weg gehen. Und das, subhanallah, ist für jeden eine große, große Prüfung. Daher, ich empfehle euch, dass ihr ein Medikament in Anspruch nehmt. Durch dieses Medikament wird Allah, azzawajal, unser Herz recht leiten. Der Ikhlas, die Aufrichtigkeit, dass wir diese Religion nur für Allah, subhanahu wa ta'ala, praktizieren wollen und dass wir wahrhaftig in der Praktizierung sein wollen, so wird Allah, azzawajal, dich nicht irregehen lassen. Allah, subhanahu wa ta'ala, er hat auf der Zunge des Propheten, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, in einer Überliebfung bei Bukhari und Muslim gesagt, der Gesandte Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, man yuridi lahu bihi khayran yufaqihuh fiddin. Für den Allah etwas Gutes bestimmt hat, den lässt er die Religion verstehen. Und dieses Gute, was Allah für dich bestimmt hat, kommt aufgrund der Aufrichtigkeit und der Wahrhaftigkeit. Möge Allah, subhanahu wa ta'ala, uns Aufrichtigkeit geben und Wahrhaftigkeit. Allahumma amin. Das letzte Mal, liebe Geschwister, haben wir über die verschiedenen Baustellen der Shia gesprochen. Und wahrlich, es ist keine Sekte, die Milliarden von Anhängern hat. Nein, es ist eine Sekte, die vielleicht maximal acht, neun oder zehn Prozent so in diesem Dreh ausmacht von der gesamten Ummah. Klein, aber trotzdem sind sie eine große Fitna, weil sie viel Übles verbreitet haben und zumal sie auch sehr, sehr viel Gelder bekommen, um ihre Irrlehren zu verbreiten, wie wir das das letzte Mal geschildert haben. So muss man diesen Leuten antworten, zumal es jetzt nicht um irgendwelche Angelegenheiten geht, sondern um gravierende Akide-Angelegenheiten. Das heißt, was die Glaubenslehre, die Fundamente, die Säulen der Religion betrifft, ansonsten würden wir uns nicht die Arbeit machen. Aber tatsächlich finden wir in der Religion der Shia sowohl den Schirk, als auch den Kuffr, als auch die Bidda und alles Üble vor, sodass wir auch nicht schweigen können. Aber wie ich gesagt habe, meine Methodik ist, wenn ich warne, warne ich vor einer Gruppe. Und wir gehören nicht zu den Leuten, die nur auf den Fehler von einem Prediger warten, sodass sie vor ihm warnen können, obwohl sie wissen, dass der Prediger von Ahlus Sunna ist. Aber kranke Herzen gibt es überall. Wir wollen versuchen, unsere gesunden Herzen zu behalten, liebe Geschwister. Und wichtig ist bitte, dass ihr mir heute euer Herz leitet, damit wir auch verstehen, wer diese Leute sind. Weil wir werden immer mit ihnen konfrontiert werden, hier oder dort, damit wir auch wissen, was ist der Unterschied zwischen uns und ihnen. Wenn du mit manchen Leuten redest, die leider kein Wissen über die Religion haben, so regen sie sich auf und sagen, Sunni, Shiai, ist doch alles dasselbe. Die Erde und der Himmel sind nicht dasselbe. So muss man erstmal erforschen, wer sind diese Leute. Wer Ahlus Sunna sind, walhamdulillah, rabbil alamin, wir wissen das. Aber wer sind die Shiai? Und wir wollen auch vor allen Dingen die Shiai darauf aufmerksam machen, was sagen ihre Gelehrten in ihren Büchern. Und ich möchte klar betonen, liebe Geschwister, die Gelehrten machen einen Unterschied zwischen denjenigen, die wissen, was in den Büchern steht. Das heißt, die ganz genau wissen, dass sie auf dem Weg der Falschheit sind unter den Shiai. Und das sind alle Gelehrte, die ihnen nahestehen sind. Diese haben den Islam verlassen ohne Zweifel. Und dann gibt es Leute, die nennen sich Shiai, aber wissen nicht, was in den Büchern drin steht. Und ihr solltet wissen, auch die Shiai geben nicht alles Preis, was in ihren Büchern drin steht. Deswegen, als ein bekanntes Werk von den Shiai herausgekommen ist, so haben sich viele Obrigkeiten der Shiai sehr aufgeregt. Warum? Weil sie wollten nicht, dass das, was sie immer versucht haben zu verbergen, dass sie diese Akhida unter sich behalten können, so dass es auch nicht rauskommt, was sie tatsächlich an Akhida in ihrem Herzen verinnerlichen. Sie haben sich sehr, sehr aufgeregt, dass dieses Buch herauskam, obwohl das eines ihrer Werke ist. Wir wollen erstmal, liebe Geschwister, nachdem wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, dass die Shiai die Takhiyah anwenden. Das heißt, im Herzen haben sie etwas und nach außen tragen sie etwas anderes vor. Heuchelei mit anderen Worten. Bedeutet, sie denken, dass sie lügen dürfen im Namen der Religion. Und das ist natürlich eine gewaltige Sache. Und das alleine reicht, damit wir auch nicht direkt mit ihnen diskutieren. Viele Gelehrte von uns haben mit ihnen diskutiert. Ich wollte euch eigentlich etwas vorspielen, damit ihr seht, wenn unsere Gelehrten mit ihren Leuten zusammensaßen, dass sie geschworen haben, dass sie nicht Leute sind, die die Sahaba beschimpfen. Dass sie nicht Leute sind, die Aisha beschimpfen. Dass sie nicht Leute sind, die den Koran anzweifeln. Aber tatsächlich wissen wir doch aus ihren Büchern, wer diese Leute wirklich sind. Und sie berufen sich auch auf diese Quellen. Also entweder lügt er, und das ist die Wahrheit, dass er lügt, oder dieser weiß nicht mal, was in seinen eigenen Büchern steht. Aber wenn er zitiert aus diesen Quellen der Shiai, dann weiß er doch, was in diesen Büchern steht. Dann haben wir über die Imamia gesprochen, dass sie ihre Imame heilig sehen, liebe Geschwister. Ja, ihnen sogar die Stufe über die Propheten geben. Dass sie den Imamia die Stufe über den besten Propheten geben. Und dass sie sogar ihnen Eigenschaften zuschreiben, die nur Allah subhanahu wa ta'ala gebühren. Diese Themen haben wir das letzte Mal behandelt. Sowohl auch, dass die Shiai daran glauben, dass der Koran verfälscht ist. Und das ist eigentlich, passt ein Ijma' unter den Shiai. Und wir kommen immer mit deutlichen Beweisen, liebe Geschwister. Schaut mal, wenn uns sozusagen die Leute der Irre widerlegen wollen, die kommen immer mit Scheinargumenten, die, wie nennen wir sie, mehrdeutig sind. Und ihr kennt unsere Unterrichte. Und ihr seht, dass wir immer eindeutige Beweise geben. Anders als die irregehenden Sekten. Weil sie keine eindeutigen Beweise haben. Also müssen sie aus den mehrdeutigen Beweisen, und das machen nur Leute, die Krankheit in ihrem Herzen besitzen, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, deswegen nehmen sie diese mehrdeutigen Beweise, weil sie da hineininterpretieren können, was sie wollen. Aber die Leute der Sunna antworten immer mit den eindeutigen Beweisen auf diese Leute. Der Koran ist bei ihnen auch verfälscht. Und ich habe euch gesagt, ihr Gründer war Abdullah ibn Sabah. Ob sie sich nach links oder rechts drehen, wie sie wollen, sie können ihn verneinen. Wisset, warum sie ihn verneinen. Warum sie ihn am liebsten von ihrer Landkarte streichen müssen. Weil dieser ein jüdischer Heuchler war. Und das ist der Kopf derjenige, der sozusagen diese Schia-Sekte gegründet hat, liebe Geschwister. Kommen wir heute zum zweiten Teil, b-ibn Allah ta'ala. Bezüglich der Überliefererketten. Die Schia haben keine einzige authentische Überliefererkette. Ja, sie wissen nicht einmal, was das richtig ist. Und unsere Gelehrten haben sie herausgefordert. Kommt uns, oh ihr Schia. Und bis zu diesem heutigen Tage warten wir darauf. Kommt uns mit einer authentischen Überliefererkette. Und wenn sie zitieren aus unseren Büchern, ihr solltet wissen, liebe Geschwister, sie glauben nicht an unsere Bücher. Auch nicht an Bukhari und Muslim. Wenn es aber Hadithe gibt, die für sie zum Vorteil sind, woraus sie einen persönlichen Nutzen für sich ziehen können, auf einmal hörst du, dass er mit Bukhari und Muslim und anderen Sunanbüchern kommt. Aber wenn er ehrlich ist, sie glauben nicht an unsere Bücher. Denn wer hat diese Hadithe überliefert? Es waren die Sahaba. Und wir werden gleich hören, was sie von den Sahaba halten. Also können sie gar nicht diese Hadithe akzeptieren. Aber das ist immer ihre Taqiyah, wie wir euch das schon erklärt haben. Ihre lügenhafte Art, lügnerische Art und Weise, wie sie mit Ahl-Sunnah diskutieren. Die Schia haben keine einzige authentische Überliefererkette. Warum? Sie machen es sich einfach. Von unserem Freund wird überliefert. Oder sie sagen, von einem Menschen wurde so und so mitgeteilt. Von Ja'far as-Sadiq, radiyallahu anhu wa rahimullahi ta'ala. Wir haben das letzte Mal schon über diese Person geredet. Er ist von Ahl-Sunnah und hat mit den Schia nichts zu tun. Und die Leute, die die Schia sich zu Vorbildern genommen haben und diese Leute anbeten, sind frei von ihrem Schirk und von ihrem Kuffer. Das solltet ihr erstmal wissen. Und wenn Allah uns die Zeit gibt, dann werden wir die Aussagen der Ahlul-Beyt nehmen, die sie über alles stellen und sagen, was sagen Ahlul-Beyt über diese Rawafit, über diese Schia. Deswegen, liebe Geschwister, wenn die Schia überhaupt keine Überliefererkette haben, dann auf welcher Basis sollen wir mit ihnen reden? Naam. Und wichtig ist, dass wir auch verstehen, diese Leute brauchen gar keine Überliefererkette, weil sie kriegen alles direkt per Offenbarung. Und diese Inspiration von Allah subhanahu wa ta'ala ist ihre Religion. Deswegen brauchen sie überhaupt keine Überliefererkette. Und ich möchte euch hier eine Überliefererkette nur einmal präsentieren, damit man weiß, mit wem man es zu tun hat. Und wir reden aus der Sicht der Religion, liebe Geschwister. Und der eine oder andere mag jetzt lachen, aber das ist in ihren Büchern. Diese Überlieferung, die ich jetzt erwähne, ist in Al-Kafi. Al-Kafi ist eines der wichtigsten Werke für diese Leute, zu dem sie zurückkehren. Ob kleiner Schia oder großer Schia, sie kehren zu diesem Werk zurück. Hört diese Überlieferung. Und sie ist in Kitab-ul-Hujjah. Bab ma'indal a'immati min silahi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. In diesem Kapitel befindet sich diese Überlieferung. Im Band 1, Seite 184. Und so heißt es, Es geht um einen Esel. Dieser Esel heißt Ufair. Und sie sagen, das ist der Esel von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dieser Esel, Ufair, Er hat mit dem Gesandten sallallahu alaihi wa sallam gesprochen. Er sagte der Esel, O Gesandte Allahs, meine Mutter und mein Vater sollen für dich geopfert sein. Mein Vater berichtete mir, sagt der Esel. Und Wallah, ich lache dich über die Religion. Ich lache über die Dummheit dieser Leute, dass sie sich nicht schämen, so eine Überliefererkette zu bringen. Und vor allen Dingen, auch einen schönen Gruß an die Takfiris. Wir lachen über diese Leute, die Schlechtes gemacht haben und natürlich nicht seriös wirklich auftreten, damit die Takfiris auch nicht irgendwelche Falschheiten verbreiten. Er sagt, Der Esel, welcher Esel? Ufair. Er sagt, Mein Vater berichtete mir, An Abihi von seinem Vater, An Jeddihi von seinem Opa, An Abihi von seinem Vater, dass dieser mit Nuh, عليه الصلاة والسلام, zusammen war, für die Saffinah im Schiff. فَقَامَا إِلَيْهِ نُوحٍ فَمَسَحَ عَلَيْهِ Dann kam Nuh, عليه الصلاة والسلام und hat ihn gestreichelt. وَقَالَيْهِ So sagte er, Nuh, عليه الصلاة والسلام, und das ist alles Lüge natürlich, indem er ihn streichelte, er sagte, von dem Nachkommen von diesem Esel wird ein Esel hervorkommen, den der Führer aller Propheten reiten wird. Und dann sagt der Esel zum Schluss, أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنِي ذَلِكَ الْحِمَا Alles Lob gebührt Allah, der mich zu diesem Esel gemacht hat. Das berichtete Ofer. Überlegt, liebe Geschwister. Ofer berichtet von seinem Vater, von seinem Opa, von dessen Vater. Jetzt haben wir drei Esel in der Überliefererkette. Erstmal, wie lange lebt ein Esel? Wenn wir davon ausgehen, dass ein Esel zehn Jahre lebt, dann hat dieser Esel Ofer, als er mit dem Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, gesprochen hat, dann hat er praktisch 30 Jahre hinter sich gebracht oder vor sich gebracht und berichtet von vor über 30 Jahren. Lass es 50 Jahre sein. Und wo war Nuh? Nuh, alaihi salatu wassalam, war 30 Jahre vor dem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, war 50 Jahre vor dem Propheten, lass es 100 sein, wir sind heute großzügig. 100 Jahre? Zwischen Isa, alaihi salatu wassalam, Jesus, und dem Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, waren circa 600 Jahre, wie die Gelechten sagen. Wie soll dann der Esel, sein Vater, sein Opa, und noch mal sein Vater, wie sollen sie mit Nuh geredet haben? Und wir geben den Schia einen nützlichen Hinweis. Beschäftigt euch weniger mit Esel und schaut nach dem, was euch wahrhaftig macht. Diese Überlieferung noch mal ist bei al-Kafi dokumentiert. Und al-Kafi ist eines ihrer wichtigsten Werke. Die Schia haben keine Überliefererkette. Lasst uns dazu kommen, liebe Geschwister, was ist der Glaube der Schia bezüglich der Sahaba, radiyallahu anhu wa arda? Der Glaube der Schia, der Rawafid, oder Einzell Rawafidah, basiert nur auf zwei Sachen. Das Beschimpfen der Sahaba und dass sie die Sahaba vom Islam ausschließen, der Takfir. Sie beschimpfen die Sahaba, und das ist Religion für sie, und sie schließen sie vom Islam aus. Und wir, wie ihr es kennt von uns, sagen nichts außer, dass wir aus ihren Quellen zitieren, was sie zornig macht. Das ist aber nicht unser Problem, denn das sind ihre Bücher und nicht unsere Bücher. Al-Kulayni, einer von ihren Großen, er erwähnte in seinem Buch Furu'ah al-Kafi, eine Überliebung von Jafar. Immer wieder ist Jafar zu sehen, das heißt Jafar al-Sadiq, radiyallahu anhu wa arda, liebe Geschwister, von Abu Jafar, radiyallahu anhu wa arda, berichtet, sondern vielmehr sind das Lügen der Schia. Kala, er sagte, kanan nasu, ahla riddatin ba'da n-Nabi, sallallahu alaihi wa sallam, illa thalatha. Höre diese gewaltige Aussage, Abu Jafar soll gesagt haben, das ist in den Büchern der Schia, dass nach dem Tod des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, alle den Islam verlassen haben, das heißt unter den Sahaba, radiyallahu anhu wa arda, außer drei Leuten. Außer drei Leuten. Wenn wir überlegen, Hajj al-Wada' das war die Abschiedshash vom Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, bevor er gestorben ist, so gibt es verschiedene Überlieferungen in den Büchern der Sunnah, dass 100.000 zugegen waren. Manche sagen 120.000. Abu Zura'a rahimullah ta'ala sagt 124.000. Lassen wir es bei 120.000. Bedeutet, wenn alle ridda gemacht haben, alle den Islam verlassen haben und somit natürlich kuffar geworden sind, denn wer ridda macht, wer den Islam verlässt, ist kein Muslim mehr, sondern ein Kerl. Wenn wir sagen, diese haben alle ridda gemacht, bedeutet das, von 120.000 Sahaba haben 119.997 den Islam verlassen. Subhanallah. Aber wisst ihr, was das Merkwürdige an dieser Überlieferung ist? Ihre eigenen Leute sind nicht in diesen drei Leuten, die als Muslime geblieben sind, vorhanden. Ihre eigenen Leute nicht. Und dann sagte, dann sagte jemand zu Abu Jafar, und wer sind die drei, die Muslime sind, unter all den anderen, die abtrünnig geworden sind? Kala, Al-Mikdad, Ibn al-Aswad. Miqdad, Ibn al-Aswad, und Abu Dhar, Al-Ghifari, und Salman, Al-Farisi. Bei Salman, Al-Farisi könnt ihr euch vorstellen, warum, weil er von Persien kam und sie eine Beziehung zu Persien haben. Dieses ist die Aussage der Schia über die Sahaba. Es gibt andere Überlieferungen, wo es sieben sind, acht, aber sie haben so viele Leute vergessen, die sie selber mit dieser Überlieferung zu Kufar erklären. Aber unter denen, die heilig für sie sind und die sie anbeten. Aber Subhanallah, wenn man nicht viel Zeit hat, etwas zu erdichten, dann wird so etwas auch herauskommen. Und, liebe Geschwister, schaut, was sie mit ihrer hässlichen Zunge über Abu Bakr Siddiqun sagen, weil sie haben so einen extremen Hass auf diese Sahaba. Wir kommen dazu, warum. So heißt es bei ihnen in Al-Anwar An-Nu'maniyah auf der Seite 35 im ersten Band an Abi Bakrin radiyallahu anhu Kana yusalli kalfa al-Nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wa sallamu muallakun fi unuqi yasjudulah sie sagen über Abu Bakr Siddiqun radiyallahu anhu dass er hinter dem Propheten sallallahu alayhi wa sallam erpflegte zu beten während die Götze um sein Hals gewesen ist das heißt er hat eine Götze angehängt um sein Hals herum indem er heimlich diese Götze angebetet hat sich vor ihr niedergeworfen hat und nicht vor Allah wie hässlich diese Wörter sind und das kann nur von Leuten kommen die bei Allah mit dem Islam nichts zu tun haben was schreibt Al-Majdisi einer der großen Gelehrten von ihnen in Bihar al-Anwar das ist auch ein bekanntes Werk von ihnen liebe Geschwister er schreibt die Überlieferung welchen den Kuffer von Abu Bakr Omar und desgleichen aufzeigen also die Sahaba sowie den Lohn derer die sie verfluchen das heißt die bekommen Lohn nach der Aqida der Shia wenn sie die Sahaba verfluchen und sich von ihnen und ihrer Bidda distanzieren sind so zahlreich sagt Al-Majdisi dass man sie in diesem Buch oder mehreren Bändern nicht einzeln aufführen könnte was wir hier erwähnt haben soll dem zu Genüge reichen das ist in Bihar al-Anwar von Al-Majdisi im Band 30 Seite 230 Al-Kumi der berichtet über eine Aya wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt Allah subhanahu wa ta'ala als er im Koran sagte und das ist in Surat an Nahl dass Allah azzawajal gebietet dass man gerecht ist und dass man das Gute macht und Allah subhanahu wa ta'ala verbietet das Schändliche das Üble und das Schlechte und das Unrecht sagt Al-Kumi er sagt das Schändliche ist Abu Bakr das Schlechte ist Omar und das Unrecht ist Uthman das sagt er im Band 1 Seite 390 in seinem Tafsir er hat ein Tafsir möge Allah azzawajal uns bewahren dort sagt er diese Wörter und jeder kann nachschauen ob diese Quellen so sind wie sie sind und nicht nur das dass sie die Sahaba zu Kuffar erklärt haben sie haben nicht einmal bei der Ehre vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam Halt gemacht und ihr solltet wissen liebe Geschwister und das werde ich vielleicht wenn ich das nicht vergesse danach etwas ausführen unter den Schia'en gibt es zwei Gruppen die eine Gruppe sind diejenigen die die Religion des Islam hassen wie bitte Abu Bakr die hassen die Religion die hassen die Religion des Islam aber heucheln den Islam vor wer kann solche Wörter sagen außer jemand der den Islam abbrunnt die fast liebe Geschwister und dann gibt es eine andere Gruppe diese denken dass sie auf der Wahrheit sind und denken dass die Sunniten falsch sind und die zweite Gruppe wollen wir überzeugen denn die erste Gruppe möge Allah subhanahu wa ta'ala uns niemals von diesem Weg abirren lassen subhanallah was haben sie gemacht sie haben nicht einmal vor der Ehre von Aisha radiyallahu anha Halt gemacht indem sie sie bezichtigt haben dass sie Sinne macht es gibt einige Schia'en die sagen dir nein das stimmt nicht aber wie ich gesagt habe schauen wir in ihren Büchern und ich werde das dann auch natürlich mitteilen in welchen Büchern sie so etwas sagen erstmal liebe Geschwister gibt es eine Aya wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt inna ladhina yarmuna al muhsanat al-ghafilat al-mu'minat wahrlich diejenigen welche die ehrbaren Frauen dann sagt Allah al-ghafilat r-ghafilat haben die Gelehrten übersetzt das Wort ist jetzt schwer hier zu zu übersetzen r-ghafilat ist eine 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 Frau die Scham hat und eine Frau die niemals etwas begehren würde wie Sinna das heißt es kommt ihr nicht mal in den Gedanken Sinna zu machen Allah subhanahu wa ta'ala sagt weil ich diejenigen die die ehrbaren unbedachten bedeutet dieses Wort was ich gerade erklärt habe gläubigen Frauen vorwerfen dass sie Sinna gemacht haben sind im diesseits und im jenseits verflucht also die Schia ihnen wird eine schwere Strafe zuteil werden was haben die Schia gesagt sie haben gesagt und dann haben sie auch darüber geredet wie oft sie das gemacht haben schaut mal ihr solltet wissen liebe Geschwister Allah hat den Frauen der Propheten eine Eigenschaft zugemessen wie Ibn Abbas sagte keine Frau von einem Propheten hat jemals Sinna begangen indem sie ihrem Mann den Prophet indem sie ihn was khanat tu indem sie ihn ähm betrogen hat indem sie ihn betrogen hat keine Frau der Propheten hat so etwas getan nicht einmal von Lut und von Nuh wie Allah sagt fachanatahuma so haben sie sie betrogen was bedeutet in der Religion nicht im Ehebett denn wie Ibn Abbas sagte keine Frau von einem Propheten hat ihren Mann im Bett betrogen denn dieses würde die Ehre des Propheten verletzen liebe Geschwister und daher diese Aya wo wir gesagt haben diejenigen welche diesen gläubigen Frauen die keuschen Frauen die niemals mit der Sinna etwas zu tun hatten wer ihnen vorwirft dass sie Sinna gemacht haben Allah wird ihnen eine schwere Strafe zuteil werden lassen diese Aya ist herabgesandt worden wegen Aisha in Surat An-Nur Allah hat ganze 10 Ayat herabgesandt wegen Aisha was die Leute damals an Übel über sie gesagt haben und dieses ist unter Ahlus Sunna und alle gelehrten Stimmen überein dass diese Aya so wie Ibn Kathir sagte und 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 Hier sind die Ayat verrutscht. Für diese Ayat sind sie kaffir, weil sie sind im Koran. Derjenige, oder so sagt Ibn Kathir, die Gelehrten haben einen Ijm'a. Das heißt, kein Gelehrter hat etwas anderes gesagt. Dass derjenige, der sie beschimpft, diese ehrbaren Frauen, insbesondere Aisha, wegen ihr ist diese Ayat herabgesandt worden. Und sie bewirft mit diesem Wort, wie es hier in dieser Ayat auch festgehalten wurde, weil er gegenüber dem Koran stur ist. Dieser widersetzt sich dem Koran. Subhanallah, überlegt, liebe Geschwister. Allah offenbart ganze zehn Ayat über die Unschuld von Aisha. Was haben diese Leute gemacht? Sie haben gesagt, nein, sie ist eine Zaniya. Allah sagt, nein, sie sagen ja. Und das kennen wir von den Shia, dass sie es normal finden, den Ayat und den Hadithen sich zu widersetzen. Und das deswegen, wenn du zu einem Shia kommst mit der Wahrheit, und das sind auch viele irregehende Sekten, nicht nur die Shia, wenn du zu ihm kommst mit der Wahrheit, dann sieht er in der Wahrheit die Lüge. Und wenn du ihm mit einer Lüge kommst, dann sieht er in der Lüge die Wahrheit. Und das sind kranke Herzen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle davor bewahren. Wie konnten sie Aisha beschimpfen, wenn sie gemacht hat, was sie über sie behauptet haben? Der Prophet sallallahu alayhi wa sallam hat sie am meisten geliebt. Hat sie, Aisha radiallahu anha, am meisten geliebt. Deswegen, weil sie Unzucht gemacht hat. Deswegen, weil sie ihrem Mann verraten hat. Deswegen, weil sie die Ehre vom Gesandten sallallahu alayhi wa sallam verletzt hat. Höre diese Überlieferung, die überliefert ist bei al-Bukhari und imam Muslim. Das Amr ibn al-As radiallahu anha, sagte, Ja, Rasulallah, Urgesandte Allahs, Wer ist dir am liebsten unter den Menschen? Kala Aisha. Er sagte, Aisha radiallahu anha wa ardaha. Allahu akbar. Ein Zeugnis für Aisha, die die Frau vom Propheten sallallahu alayhi wa sallam in der Dunya und in der Akhirah ist. In der Dunya und in der Akhirah. Wenn die Schia das Wort Aisha hören, ihre Rückenhaare stehen zu Berge. Aber wenn wir Aisha hören, dann freuen wir uns, dass diese Frau unsere Mutter ist. Und alhamdulillahi rabbil alamin. Dass Allah, azzawajal, sie geehrt hat. Und Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ist in ihrem Schoß gestorben. Was sagt ihr darüber? Ihr, die ihr hässliche Zungen habt und die ihr behauptet, dass Aisha radiallahu anha, Sinna begangen hat. Was für eine Persönlichkeit Aisha war. Sie war die Frau, die der Prophet sallallahu alayhi wa sallam am meisten geliebt hat. Und sie ist seine Frau in der Dunya und in der Akhirah. Was sagt ihr dazu? Was sagt ihr dazu, oh Jeshia? Er sagte, dass die Person, die ich am meisten liebe, ist Aisha. Dann sagte Amr ibn al-As radiallahu anha, mina rijal, unter den Männern, wen liebst du am meisten? Kala Abuha, ihren Vater. Ihren Vater. Wen? Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu war da. Und Aisha ist die Tochter von al-Siddiq. Wie kann man dieser Frau etwas vorwerfen? Subhanallah. Liebe Geschwister, Aisha radiallahu anha, gehört doch zur Familie. Wo ist die Aqida von Ahlul Bayt? Und wir lieben Ahlul Bayt. Gehört Aisha nicht zu Ahlul Bayt? Bei den Shia, nein. Hört, was Allah azzawajal sagt. Ist etwas wichtiger als das, was die Shia sagen. In Surat al-Ahzab sagt Allah subhanahu wa ta'ala, indem er erstmal anfängt. Ya nisa al-Nabi. Oh ihr Frauen des Propheten sallallahu alayhi wa sallam. Und Allah azzawajal berichtet einige Dinge. Die Ayat sind zwei. Und dann kommt Allah azzawajal zum Schluss. Allah will gewiss, nur von euch. Wie hat Allah azzawajal sie genannt? Ich möchte dich auch hören, oh du, der du den Shia folgst. Wie hat Allah die Frauen genannt? Über die er angefangen hat in Surat al-Ahzab. In der Ayah 33, wenn ich mich affern. In der Ayah 31, so fängt es an. Wie hat Allah die Frauen genannt? Oh ihr Frauen des Propheten. Wen spricht Allah an? Schaut mal, wir kommen immer mit eindeutigen Beweisen. Oh ihr Frauen des Propheten. Ihr seid nicht wie andere Frauen. Und dann berichtet Allah weiter, weiter, weiter. Bis er sagt, Allah will gewiss nur den Mangel von euch entfernen, ihr Angehörigen des Hauses. Gefällt ihnen nicht, gefällt ihnen nicht. Aber das ist nicht unser Problem. Sondern wir sagen, diese Frauen gehören zu denjenigen, die die Shia verherrlichen. Anbeten. Anbeten. Was machen sie jedoch mit Aisha, weil sie sie auch gar nicht zur Familie des Propheten zählen. So verfluchen sie sie, entehren sie und bezichtigen sie der Sinner, so dass sie es lieben. Aisha ist im Höllenfeuer zu rufen. Oh Allah, wie viele Veranstaltungen siehst du von den Shia? Kabba ha hum Allah, möge Allah azzawajal sie hässlich machen. Wie viele Sitzungen siehst du von den Shia? Sie sagen Aisha finnar. Und sie haben daraus ein Lied komponiert. Warum sagen wir, dass die Sahaba die Besten waren? Weil Allah und sein Gesandter das sagt. Allah azzawajal sagt, Allah azzawajal sagt, Allah ist zufrieden mit den Gläubigen. Allahu akbar. Wie hat Allah sie genannt? Gläubigen. Wie nennen die Shia sie? Murta al-Dhun. Leute, die den Islam verlassen haben. Allah ist zufrieden in Surat al-Fatih, in der Aya 18. Allah ist zufrieden mit den Gläubigen. Weil sie dir, ja, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, unter dem Baum Treue gelobten. Das war, als sie den Islam beim Propheten sallallahu alayhi wa sallam angenommen haben, ihnen Treue gelobt haben. Und Allah sagt, und er wusste Allah azzawajal, was in ihren Herzen war. Wenn Kuffr in ihren Herzen war, dann wird Allah sie loben. Wenn sie auf dem falschen Weg waren, eine abgeirrte Sekte waren, wird Allah sie loben. Allah sagt vielmehr, So hat Allah azzawajal Ruhe auf sie hinabgesandt und belohnte sie mit einem nahen Sieg. Allahu akbar. Und Allah azzawajal sagt, Schaut mal immer, Allah ist mit ihnen zufrieden, während Allah niemals mit diesen Schia zufrieden sein wird. Möge Allah azzawajal uns bewahren. Allah azzawajal sagt, die Allerersten, das heißt von den Sahaba, und die Ersten der Auswanderer, Sahaba, und der Helfer, Sahaba, und jenen, die ihnen auf die beste Art gefolgt sind, mit ihnen ist Allah zufrieden und sie sind zufrieden mit ihm. Allahu akbar. Und Allah azzawajal sagt in Surat al-Hashr, in der Ayah 8 und 9, Dies ist für die armen Auswanderer, sagt Allah azzawajal, Die aus ihren Häusern und von ihren Besitztümern vertrieben wurden, während sie, die Sahaba, während sie nach Allahs Huld und Wohlgefallen trachteten und Allah und seinem Gesandten beistanden, Ula'ikahumussadikun Dieses sind die Wahrhaftigen. Bitte, o Schiai, sind das die Worte Allahs? Du hörst jetzt nicht meine Wörter. Ich weiß, dass du mich persönlich hast. Aber hast du Allah? Fadi, hast du Allah? Wenn ja, dann bist du sowieso kein Muslim. Aber wenn du sagst, ich hasse nicht Allah, wenn du auch dem Koran nicht glaubst, bist du ebenfalls ein Kerl. Und wenn es auch nur ein Buchstab ist. Allah sagt, Ula'ikahumussadikun Das sind die Wahrhaftigen. Wie kannst du sie Heuchler nennen? Wie kannst du sie Abtrünnige nennen? Murtaddun, nachdem Allah azzawajal sie als Wahrhaftige genannt hat. Und dieses deswegen, weil diese Leute, liebe Geschwister, Krankheit in ihrem Herz nahm, sie lieben die Sahaba nicht und wir kommen dazu. Al-Tabarani berichtet an Ibn Abbasin, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Derjenige, der meine Sahaba beschimpft, sagt der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, so liegt der Fluch Allahs auf ihn. Und der Engel und der gesamten Menschen. Und diese Überlieferung ist in Al-Mujmah Al-Kabir und Sheikh al-Albani, rahimullah ta'ala, hat sie in Al-Jami'ah als authentisch klassifiziert. Diese sind Beweise. Ich rede über eindeutige Beweise. Ich rede nicht über die hinterhältigen Schia, die kommen mit Geschichten von Leuten, die vielleicht auch am Anfang den Weg der Religion beschritten haben und dann von der Religion abgefallen sind. Über diese Leute rede ich nicht. Denn wenn wir Muslime über einen Sahabi reden, dann sagen wir, Man laqiyan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, Mu'mina, derjenige, der dem Propheten sallallahu alaihi wasallam begegnet hat, während er an ihn geglaubt hat. Wa ma ta'ala dalik und er ist, und das ist die Definition der meisten Gelehrten, die meisten Gelehrten definieren so einen Sahabi, dass der Sahabi nicht nur dem Propheten sallallahu alaihi wasallam getroffen hat, sondern an ihn geglaubt hat und er ist mit diesem Glauben so gestorben. Das ist ein Sahabi. Dann bringen sie dir Geschichten nur, damit ihr aufpasst, liebe Geschwister, von Leuten, die nicht nach dieser Definition als Sahaba gelten, um zu zeigen, dass diese Leute die Anhänger des Propheten sallallahu alaihi wasallam waren und üble Dinge gemacht haben. Wir reden über ein Sahabi mit dieser Definition. Wenn ihr Leute habt mit dieser Definition, die das gemacht haben, was ihr über sie behauptet, dann kommt mit den Beweisen. Wenn ihr wahrhaftig seid. Wenn ihr wahrhaftig seid. Dann kommen wir jetzt zu einem der wichtigsten Punkte in diesem Unterricht, Leute. Warum hassen die Schia tatsächlich Abu Bakr und Omar und alle anderen Sahaba und auch Aisha radiallahu anha wa ad-daha? Es hat einen ganz einfachen Grund. Diesen Grund hat Abu Zura'a rahimunullah ta'ala damals schon beschrieben. Er sagt, Wenn du siehst, dass jemand die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam herabwürdigt, so wisse, dieser ist ein Sindik, ein Ketzer. Dieses, er sagt, dieses ist der Grund, warum er ein Ketzer ist, warum er eigentlich ein Abtrüniger ist, jemand, der ein Gottloser ist. Er sagt, dieses ist deswegen, weil der Koran die Wahrheit ist. Im Koran steht doch, was Allah subhanahu wa ta'ala über die Sahaba sagt. Und es ist wahr, dieses deswegen, weil der Koran, dieses deswegen, weil der Gesandte die Wahrheit ist. Und weil der Koran die Wahrheit ist. Und das, womit er gekommen ist, die Wahrheit ist. So, jetzt hören wir den Grund, warum die Schia, die Sahaba hassen. Die Sahaba haben all das überliefert über die Religion. Deswegen hassen sie sie. Schaut mal, subhanallah, der Irrglaube von dieser Sekte. Wenn du mit ihnen über den Koran redest, wir haben das schon angeführt, bei Al-Kafi haben sie eine Überlieferung, dass der Koran tatsächlich 17.000 Ayat beinhaltet und nicht die Zahl, die wir genannt haben, ein Drittel weniger fasst. Die Frage, wenn wir mit ihnen über den Koran reden, wieso bringt ihr Beweise vom Koran, den die Sahaba gesammelt haben? Sie sind doch Kuffer. Warum? Schaut mal, in welche Widersprüche sie sich verstricken. Wer hat den Koran gesammelt, oh ihr Schia? Und wer hat die Sunna gesammelt? Waren es nicht dieselben? Wie könnt ihr die Sunna-Bücher einfach so außer Acht lassen und sagen den Koran, mit hmm meine ich, sie sind nicht zufrieden mit dem Koran, aber zumindest wenn du mit ihnen redest, sagen sie, natürlich lügnerisch, aber sie sagen es, wir glauben an den Koran und wir verwerfen den Koran nicht. Okay. Aber über die Sunna haben sie kein Problem zu sagen, das ist eine Sache, die ist nicht authentisch bewiesen. Taillet. Wenn ihr doch tatsächlich an den Koran glaubt, wie ihr behauptet, haben nicht dieselben Sahaba die Sunna gesammelt wie den Koran? Wer hat denn den Koran gesammelt? Ihr, Schia? Habt ihr den Koran gesammelt? Oder waren es nicht die Gefährten des Propheten, die ihr tagtäglich verflucht und die ihr vom Islam ausschließt? Wie könnt ihr überhaupt den Koran lesen? Ihr liest dann nach eurer Vorstellung ein Koran von Leuten, die für euch kuffar sind. Und bei Allah nicht, sie sind kuffar, ihr seid kuffar. Ihr, die ihr behauptet, dass diese Sahaba, radiallahu anhum, kuffar sind. Und ihr solltet wissen, liebe Geschwister, was sagt hier Abus Zur'ah, was sagt er zum Schluss? Er sagt, Diese Leute haben nur ein Ziel, dass sie die Sahaba verschmähen, damit sie den Koran und die Sunna ungültig machen. Weil, wenn wir sagen, die Gefährten vom Propheten sind alle vom Islam abgefallen, welche Authentizität, welche Stellung würde der Koran und die Sunna noch behalten? Habt ihr verstanden? Sehr wichtig, dieser Punkt. Sie wollen diese Sahaba niedermachen, niedrig schätzen, sie erniedrigen aus einem einzigen Grund, damit sie den Koran und die Sunna für ungültig erklären. Abul Barah, du sagtest vorhin, dass es eine Gruppe von Schia gibt, sie wollen diese Religion nicht, das sind die Leute. Abus Zur'ah, wann hat er gelebt? Wisst ihr, wann Abus Zur'ah gelebt hat, Rahimullah Ta'ala? Unter so vielen Jahren, die vor uns waren, da sagte er schon diese Wörter. Wenn er jetzt die Schia getroffen hätte und die Schia damals waren bei Allah anders als die Schia heute, was würde er über sie sagen? Was würde er über sie sagen? Nochmal, warum hassen sie Aisha? Aisha hat über 2000 Hadithe überliefert. Wen hassen sie richtig abgrundtief? Bei diesem Namen ändert sich ihre Gesichtsfarbe, Abu Huraira radiallahu anh, weil er ebenfalls zu denjenigen gehörte, der am meisten Hadithe überliefert. Eigentlich hassen sie, dass diese Religion überliefert wurde. Und daher versuchen sie, die Sahaba bei jeder Gelegenheit schlecht zu machen. Warum? Damit sie den Leuten sagen können, schaut mal, Das ist der Koran und das ist die Sunna. Aber wer hat ihn gesammelt? Das waren diese Leute, die abtrünnig waren. Welchen Wert hat dann noch der Koran und die Sunna? Allahu Akbar. Und sie hassen den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Pass auf, Abu al-Bala. Wallahi, wenn sie ihn nicht hassen würden, wer würde die Ehre vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam verletzen? Weil wenn du die Ehre vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam verletzt, auf wen kehrt das zurück? Auf ihn? Das kehrt auf ihn zurück und das wollen sie. Das wollen sie, Kabba haomullah. Heute werdet ihr das oft von mir hören, weil ihr seht, eine Aussage gewaltiger als die andere, liebe Geschwister. Dann kommen wir zu einem anderen Thema und jedes Thema für sich, darüber könnten wir tausend Unterrichtsmereien machen, aber ich muss versuchen, das zusammenzufassen, damit ihr nur einen Eindruck habt von dem, was die Glaubenslehre von diesen Schia ist, liebe Geschwister. Wie stehen wir zu Ahlul-Bait? Natürlich, ein Argument von diesen Schia ist, immer, dass sie sagen, ihr Sunniten, ihr hasst Ahlul-Bait. Wir wollen das heute aufdecken. Ob wir Ahlul-Bait hassen, oder sogar, ob Ahlul-Bait die Schia hassen. Ob Ahlul-Bait die Schia hassen. Erstmal, wer gehört zu Ahlul-Bait? Zu Ahlul-Bait gehört die Familie von Ali, die Familie von Aqil, die Familie von Jafar und die Familie, liebe Geschwister, von Abbas. Die Familie von diesen Leuten. Bedeutet, das ist im Allgemeinen die Familie vom Propheten, die Gelehrten haben unterschiedliche Ansichten, wer wirklich zur Familie gehört und wer nicht. Aber, wenn uns die Frage gestellt wird, uns Sunniten, liebt ihr Ahlul-Bait? Dann sagen wir, das ist eine merkwürdige Frage. Denn, diese Frage können wir von unserer Seite, walhamdulillahi rabbil alamin, mit einem klaren Ja beantworten. Und ich sage, und ich fordere sie heraus, sie sollen einmal etwas bringen, dass wir gegen Ahlul-Bait so hetzen, wie sie gegen die Sahaba hetzen. bringt uns irgendein Ausschnitt von unseren Tausenden von Videos, dass wir Ahlul-Bait so beschimpfen, wie diese Leute, die Sahaba, radiyallahu anhu, beschimpfen. Aber, wenn wir auch sagen, wir lieben Ahlul-Bait, was wir nicht akzeptieren, sind die Übertreiber bezüglich Ahlul-Bait, die Ahlul-Bait eine Stellung gegeben haben, die ihnen nicht gebührt. Wir sagen, das sind gute Leute, natürlich, wir kommen dazu im Einzelnen, das sind gute Leute und das sind Leute, die versucht haben, die Religion auf beste Art und Weise zu praktizieren. Wie können wir sie nicht lieben? Wie können wir sie nicht lieben? Wir haben nicht so kranke Herzen wie die Schirah. Aber, wir sagen, dieser Rulu, diese Übertreibung in Ahlul-Bait, dass sie das und das und das sind, dieses akzeptieren wir auf keinen Fall. Dieses akzeptieren wir auf keinen Fall. Und das erinnert mich, liebe Geschwister, an die Akhida von den Christen. Wenn du nicht sagst, dass Jesus der Sohn Gottes ist oder Gott selber oder einer von dreien, was werden sie über dich sagen? Die werden dir sagen, du liebst Jesus nicht. Und genau dasselbe machen, Ahlul-Bait. Weil wir ihre Übertreibung nicht mitmachen, heißt es, dass wir Ahlul-Bait nicht lieben. Aber bei Allah, wir lieben sie. Und ich fordere euch nochmal heraus, bringt mir oder von anderen Leuten, die bekannt sind, bringt irgendwelche Ausschnitte aus unseren Videos, dass wir gegen die Ahlul-Bait hetzen. Und daher sagen wir ganz klar, wir Muslime, Sunniten, wir ehren, wen Allah ehrt. Und wir ehren, wen der Gesandte, Sallallahu alaihi wa sallam, erhrt. Aber wir ehren nicht die Leute, die die Shia fälschlicherweise als Helden bezeichnen und diese Leute gar nichts mit den Shia zu tun haben, liebe Geschwister. Lieben wir Ahlul-Sunna, Ahlul-Bait oder nicht? Erstmal kommen wir zu der Widerlegung von diesem Scheinargument. Erstmal ist das in unseren Akhida-Büchern, in unseren Akhida-Büchern verzeichnet, dass wir Ahlul-Bait lieben. Nummer eins. Und guckt, in welchen Akhida-Büchern ihr auch immer gucken wollt, in den klassischen Werken von den Akhida-Büchern, so werdet ihr vorfinden, dass wir Ahlul-Bait lieben. Denn das gehört zu unserer Akhida, zu unserer Religion. Und dieses findet man in den authentischen Sunna-Büchern. Subhanallah, habt ihr nicht Bukhari gelesen? Und Muslim und andere Sunna-Bücher, die kapitelweise über die Vorzüge von Leuten, die auch zu Ahlul-Bait gezählt werden, werden sie nicht in diesen Sunna-Büchern erwähnt? Wie kann das sein, dass sie in diesen Sunna-Büchern erwähnt werden, während wir sie hassen? Wo ist die Logik? Wo ist die Logik? Schaut, welche Vorzüge zum Beispiel über Ali, bin Abi Talib und anderen gesagt wird, über Al-Hassan, Hussein und so weiter und so fort. Da könnt ihr uns beurteilen. Das sind doch unsere Sunna-Bücher, nicht eure, das sind unsere Bücher. Ja, auch wenn ihr neidisch seid, das sind unsere Bücher. In diesen Büchern haben wir doch die Vorzüge von diesen Leuten auch genannt. Subhanallah. Aber ist jeder von Ahlul-Bait der, den wir ehren und respektieren müssen? So sagt Al-Imam Abu Jafar Al-Tahawi heißt auch Jafar, vielleicht nehmt ihr von ihm, das ist nicht falsch euer Jafar, aber vielleicht nehmt ihr ihn, weil er heißt auch Jafar. Er sagt, Rahmatullah al-Alai, Er hat genau beschrieben, wer Leute sind von Ahlul-Bait. Das sind diejenigen, die auf der Religion vom Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, waren, Muslime und das sind diejenigen, die an seinen Befehlen, die seinen Befehlen nachgekommen sind. Das sind die Leute, die ehren wir. Sollen wir jemanden ehren, der den Islam verlassen hat? Oder der nie ein Muslim gewesen ist? Deswegen sollte man genau wissen, über wen wir hier reden. Dann ein dritter Punkt und ihr werdet einige Punkte heute hören, dass wir Ahlul-Bait lieben. Wer wurde mit den Töchtern verheiratet von den Leuten von Ahlul-Bait, ja Schia? Mit den Leuten von Ahlul-Bait. Wer wurde verheiratet? Alles Leute, die der Sunnah angehören. Es gibt keinen einzigen Schiai, der verheiratet wurde mit den Töchtern von den Leuten von Ahlul-Bait. Und nicht nur das. Welche Namen haben diese Kinder gehabt? Namen von zum Beispiel Ali ibn Abi Talib, Kinder, die er hatte. Namen von Al-Hasan und Al-Hussein. Wie haben sie ihre Kinder genannt? Haltet euch fest, ihr Schiai Abu Bakr. Omar, Uthman, Aisha. Eine Frage, nennt man Kinder nach Namen von Personen, die man hasst? Eher nicht, oder? Und das ist in ihren Büchern sogar verzeichnet, in Bihara al-Anwar. Diese Namen sind verzeichnet. Subhanallah. Und dann kommt ihr uns mit einer Geschichte, dass wir Ahlul-Bait hassen. Ahlul-Bait hassen euch. Wie kann Ali radiyallahu an diese Namen nehmen, wenn ihr behauptet, dass er die Sahaba nicht geliebt hat? Wie kann Al-Hasan und Al-Hussein radiyallahu an wie können sie ihre Kinder mit Namen betitelt haben, die wenn ihr sie nur hört, ihr euch im Grabe umdreht? Wallahi, das ist einer der klarsten Beweise, dass diese Leute frei sind von euch. Dass diese Leute frei sind von euch. Ali ibn Abi Talib radiyallahu an zum Beispiel hatte 19 oder 20 Mädchen. Ich muss nochmal nachgucken. Auf jeden Fall eine Menge Mädchen. 19 oder 20? Hat er sie mit einem Schiai verheiratet? Nur mit einem einzigen? Mit keinem einzigen. Alles Leute, der Sunna, mit denen er seine Töchter verheiratet hat, radiyallahu anhu waardha. Ihr liebt Ahlul-Bait? Ihr habt Al-Hussein getötet. Ihr, die ihr behauptet, ihr Schiai, ihr liebt Ahlul Bayt, Al-Hussein ist keine Größe in eurer Religion, radiyallahu anhu wa arda, ihr habt ihn getötet. Abul Barat, pass auf, was du sagst. Sie verehren Al-Hussein. Sie verehren die Erde. Sie haben ihn getötet. Das sagen ihre eigenen Gelehrten. Hört zu. Tut mir leid, dass ich mir die Mühe gemacht habe, aber heute müsst ihr etwas einstecken, oh Jeshia. So sagt zum Beispiel Muhsin Al-Amin. Sie kennen ihn, die Shia. Er sagt, tumma baya al-Hussein min ahli al-Iraq ishruna alfa gadaru bihi wa kharaju alayhi wa qataluh. Wa qataluh. Dieses ist verzeichnet in A'yanu Shia auf der Seite 34 im Band 1, liebe Geschwister. So heißt es, das sind ihre Leute, ihre Bücher, ihre Werke. Sie sagen, Hussein haben dann 20.000 Leute vom Irak die Bay'a gegeben. Was heißt das? Das waren Shia gewesen. Und diese waren auch diejenigen, die gegen ihn rebelliert haben und die ihn zum Schluss getötet haben. Wer? Schreibt es auf. Muhsin Al-Amin. Der Name wird hier etwas sagen. Und das Buch A'yanu Shia im Band 1 auf der Seite 34. Murtaba sagt, ebenfalls einer von ihren Größen, er sagt, Fikitabi 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 Ich muss gucken, in welchem Buch das wird. Irgendwas mit Hosseinia am Ende. Ich hole das Buch nochmal raus, Inshallah. Murta da sagt zum Beispiel hier auf der Seite 129 Das sind diejenigen, die Al-Hussein getötet haben, waren seine eigenen Leute gewesen. Die ihnen hinterhältig sozusagen die Beja gegeben haben und die ihn dann zum Schluss noch getötet haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, dass wir solchen Blindgängern folgen. Dass wir solchen Blindgängern wie den Shia folgen. Sie haben ihre eigenen Leute getötet und zum Schluss haben sie geweint, weil das heilige Erde war, auf der Hossein getötet wurde. Und sie haben ihn getötet. Sie haben ihn getötet. Was bringen sie als Argument vor? Sie kommen mit unserem Hadith. Wie gesagt, eigentlich interessieren sie unsere Hadith gar nicht. Aber sie kommen mit einem Hadith, der auch authentisch ist. Wir sind keine Lügner wie sie. Und sie sagen, ja, in diesem Hadith steht zum Beispiel das erste, was der Prophet salallahu alaihi wa sallam sagte, das erste ist Allahs Buch. Das heißt, womit er den Leuten, womit er den Leuten empfiehlt. Das erste ist Allahs Buch, in der die Rechtleitung und das Licht ist. So nimmt Allahs Buch und haltet daran fest. So hat er zu Allahs Buch angesprochen, der Prophet salallahu alaihi wa sallam. Er sagte weiter, und meine Familie. Ich erinnere euch an Allah in Bezug auf meine Familie. Ich erinnere euch an Allah in Bezug auf meine Familie. Ich erinnere euch an Allah in Bezug auf meine Familie. Dreimal. Okay? Dieses sollten wir erstmal verstehen. In der Überlieferung bei Imam Ahmed, rahmatullah alaih, ist dieses verzeichnet, liebe Geschwister. Erstmal lesen wir weiter. So heißt es, nachdem er diese Wörter gesagt hat, die ich gerade zitiert habe, faqala lahu hussein. Hussein sagte zu Zayd ibn Arqa, radiyallahu anhu adda, er sagte zu ihm, وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ يَزَيْدِ O Zayd, wer sind die Leute, die zur Familie des Propheten salallahu alaihi wa sallam gehören? Jetzt nicht nur den ersten Teil nehmen, O Yeshia, auch den zweiten Teil. Er sagte, und wer gehört zu der Familie vom Propheten salallahu alaihi wa sallam? So sagte er, أَلَيْسَ نِسَأُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ Gehören seine Frauen nicht zu der Familie von ihm? قَالَ إِنَّ نِسَأَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَلَكِنَّ أَهْلَ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ السَّدَقَةَ بَعْدَ Die Frauen des Propheten salallahu alaihi wa sallam sagte Sayyid, gehören, nachdem er direkt klar gefragt wurde, gehören zur Familie des Propheten salallahu alaihi wa sallam. Jetzt nehmen sie natürlich einen gewissen Teil heraus und sagen, der Prophet salallahu alaihi wa sallam sagte, ich erinnere euch in Bezug auf Allah an meine Pfand. Ich beinnere euch in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala auf meine Familie. Was heißt dieses? Heißt dieses, dass Allah azza wa jalli die Familie vom Propheten salallahu alaihi wa sallam maasum gemacht hat? Erstmal sollten wir wissen, die Überlieferung, dass der Prophet salallahu alaihi wa sallam, wie zum Beispiel bei Abu Dawood und al-Tirmidi und Sheikh al-Albani sagt in Sahih al-Jamaa, dass sie authentisch ist, so sagte der Prophet salallahu alaihi wa sallam, haltet an zwei Dingen fest, an dem Buch Allahs und und der Sunnah. Und der Sunnah des Gesandten salallahu alaihi wa sallam. Aber subhanallah, ich wundere mich, die Schia haben keine einzige Überliefererkette und sagen dir, diese Überlieferung ist nicht authentisch. Daher ist es nicht authentisch. Wir gehen mit euch mit, weil wir wollen auch den Esel nicht schlecht dastehen lassen, der auch eine Überlieferung getätigt hat. Wir haben echte Überlieferungen. Was sagt ihr dann zu der Überlieferung, wo der Prophet salallahu alaihi wa sallam sagte, Wer mich überlebt, so wird er viele Meinungsverschiedenheiten hören. Hat der Prophet salallahu alaihi wa sallam hier nicht darauf hingewiesen, dass es viele Meinungsverschiedenheiten geben wird, so haltet fest an meiner Sunnah und der Sunnah meiner rechtgeleiteten Khulafa, Ar-Rashidin, die rechtgeleiteten, und beißt auf ihr mit euren Backenzähnen fest. Aha. Wer waren denn die rechtgeleiteten Khulafa? Namen, die ihr nicht mögt. Abu Bakr. Omar. Othman. Radiyallahu anhum ajma'i. Oder ist diese Überlieferung auch schwach? Schwach sind die Khul, der Verstand von einigen Leuten, weil sie eine Religion der Hauer, des Gelüstes haben, und sie bleiben nicht auf den Fundamenten der Religion, liebe Geschwister. Was bedeutet aber jetzt, heißt, dass dieses vom Propheten Sallallahu alaihi wa sallam gesagt wurde, haltet fest an, oder ich erinnere euch in Bezug auf Allah an meine Familie. Heißt das, die Familie ist jetzt maasum? Heißt das, die Familie ist fehlerfrei? Das sagt dir nur einer, der keine Ahnung von der Religion hat. Wenn wir sehen, was die Liste der Schia ist, der oberste ist sowieso Ali ibn Abi Talib, Wenn sie fehlerfrei wären, dann höre diese Überlieferung, damit du nicht mehr denkst, dass sie fehlerfrei sind. Erstmal, gab es eine Gegebenheit, liebe Geschwister, und diese Überlieferungen, die ich euch sage, sind alle authentisch. Alhamdulillah, wir haben keine Hadithe von Himar X, Himar Y, unsere Überlieferungen sind authentisch. Es gab eine Frau in der Zeit vom Propheten Sallallahu alaihi wa sallam. Diese hatte ihren Ehemann verloren. Er ist gestorben. Und dann sah Abu Sanabil sie auf der Straße, während sie Hinnah auf den Händen hatte und Kohle unter den Augen. Dann sagte er Das heißt, still, still, was los? Dein Mann ist gerade gestorben und du bist schon geschmückt draußen. Dann gingen sie zum Propheten Sallallahu alaihi wa sallam, um ihn zu fragen, was das Urteil war. Weil normalerweise, wenn der Mann von einer Frau stirbt, bleibt sie vier Monate und zehn Tage zu Hause, wie das auch bekannt ist. Als sie dieses dem Propheten Sallallahu alaihi wa sallam erzählte, dass Abu Sanabil ihr das gesagt hat, sagte er zu ihr, Kedaba Abu Sanabil. Dieser hat gelogen. Bedeutet, er hat ohne Wissen gesprochen. Er hat ohne Wissen gesprochen und dir eine Fatwa gegeben. Denn, in unserer Religion ist es so, liebe Geschwister, wenn eine Frau ihren Ehemann verliert und sie war schwanger gewesen, dann sind diese vier Monate und zehn Tage damit was? Aufgehoben. Sind damit aufgehoben, wenn sie ihr Kind entbindet. Das heißt, praktisch, wenn ihre Edda anfängt, ja, die sie abwarten, muss von vier Monaten und zehn Tagen und nach drei Tagen ab Beginn der Edda kommt das Kind, dann ist ihre Edda im Gesamten aufgehoben. Und das wusste Abu Sanabil nicht, deswegen sagte der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam, er hat nicht die Wahrheit gesprochen. Diese Fatwa hat Ali radiallahu anhu nach dem Ableben des Propheten Sallallahu alaihi wa sallam so gegeben, obwohl sie falsch war, von Abu Sanabil, nicht vom Propheten Sallallahu alaihi wa sallam. Das heißt, er hat sich geirrt. Er hat sich geirrt, wer Ali radiallahu alaihi wa sallam war da. Weil er diese Angelegenheit hier nicht berücksichtigt hat in seiner Fatwa. Eine andere Sache, einmal kam der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam in das Haus von Ali ibn Abi Talib radiallahu alaihi wa sallam. Und dieser schlief gerade in der Nacht und Fatima radiallahu alaihi wa sallam war bei ihm. Dann sagte der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam, warum steht ihr nicht auf und betet? Und Ali radiallahu alaihi wa sallam sagte, unsere Seelen sind in der Hand von Allah azzawajal. Wenn er will, dann lässt er uns aufstehen. Dann sagte der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam, nachdem er etwas zornig gewesen ist, er sagte, وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلَى in Surat Al-Kahf, doch von allen Geschöpfen ist der Mensch am streitsüchtigsten. Das heißt, Ali, du hättest mir darauf nicht antworten müssen. Du hättest mir darauf nicht antworten müssen. Eine andere Sache, die ist bei As-Sahri'in, bei Bukhari und Muslim, dass der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam erfahren hat, dass Ali ibn Abi Talib radiallahu alaihi wa sallam die Tochter von Abu Jahil heiraten wird. Neben Fatima radiallahu alaihi wa sallam. Das heißt, er war mit Fatima radiallahu alaihi wa sallam verheiratet. Das ist nicht das Problem, dass man einen Zweiten heiratet, aber es war die Tochter von Abu Jahil. Nachdem der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam davon erfahren hat, sagte er, ich werde nicht dafür mein Einverständnis geben. Ich werde dem nicht zustimmen. Ich werde dem nicht zustimmen. Ich werde dem nicht zustimmen. Außer der Sohn von Abu Talib, er meint Ali radiallahu alaihi wa sallam, er scheidet meine Tochter und heiratet dann deren Tochter von Abu Jahil. Subhanallah, Abu Jahil, der größte Feind des Islams. Ali radiallahu alaihi wa sallam heiratet seine Tochter und ist mit der Tochter vom besten Menschen der Welt verheiratet. Wie klappt dieses? Das ging nicht darum, was manche falsch verstanden haben, dass es hier ein Verbot für die Mehr-Ehe gab. Nein, vielmehr gab es für diesen Umstand ein Verbot, liebe Geschwister. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dann zum Schluss gesagt, wahrlich, Fatima ist ein Teil von mir, wer auch immer sie erzürnt, erzürnt mich. Wenn Ali radiallahu alaihi wa sallam, und wir lieben ihn, und Allah ist unser Zeuge, dass wir ihn lieben, wenn er fehlerfrei ist, wie kommen dann diese Sachen zustande? Was heißt dann, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, ich erinnere euch in Bezug auf Allah, an meine Familie. Das heißt, dass wir sie ehren sollen, dass wir sie achten sollen, dass wir sie respektieren sollen, weil sie nah zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam verwandtschaftlich stehen. Und wir lieben nochmal, wie unsere Gelehrten sagen und ich schon vorgetragen haben, nur die Leute von Ahlulbayt, die auch auf der Religion vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam waren, und die auch seinen Befehlen nachgekommen sind. Und ich beende, liebe Geschwister, wenn heutzutage einer kommt, und das ist alles bewiesen. Er sagt dir zum Beispiel, Wenn du hörst, dass eine Person Umar verflucht, dann frage ihn, ein Umar, welchen Umar meinst du? Meinst du Umar ibn Ali ibn Abi Talib? Meinst du Umar, den Sohn von Ali ibn Abi Talib, den er Umar genannt hat? Am Umar ibn al-Hussein ibn Ali? Oder Umar, den Sohn von al-Hussein, der der Sohn von Ali ibn Abi Talib war? Am Umar ibn al-Hasan? Oder meinst du Umar, den Sohn von al-Hasan? Welchen Umar meinst du? Oder meinst du Umar ibn Ali, zainu al-Abedin? Oder meinst du Umar, den Sohn von zainu al-Abedin? Aha. Au-Omar ibn Musa al-Kawun. Oder wen meinst du überhaupt? Welchen Umar meinst du? Diese Leute haben alle ihren Sohn Umar genannt. Und wenn du hörst, dass einer Aisha beunglimpft, indem er sagt, sie ist im Höllenfeuer, dann frage ihn, welche Aisha meinst du? Meinst du Aisha, die Tochter von Jafar al-Sadiq, von dem ihr alle gelogenen Überliebungen? Wie hat er sie genannt? Jafar al-Sadiq? Aha. Abu Abdullah. Von dem alle Überliebungen sind. Seine Tochter Aisha genannt. Oder meinst du Aisha, die Tochter von Musa al-Kadhim? Oder Aisha, die Tochter von Ali al-Rida? Die Schia wissen, welchen Namen das sind. Oder Aisha, die Tochter von Ali al-Hadi? Welche Aisha meinst du? Und wenn du hörst, dass jemand sagt, verflucht sei Abu Bakr, dann sagst du, welcher Abu Bakr? Meinst du Abu Bakr, der Sohn von Ibn Abi Talib, von Ali ibn Abi Talib? Ali ibn Abi Talib hat auch seinen Sohn Abu Bakr genannt. Oder meinst du Abu Bakr Ibn al-Hussein? Oder meinst du Abu Bakr Ibn al-Hassan? Welchen Abu Bakr meinst du? Und ich möchte euch hier nur mit sagen, liebe Geschwister, Wallahi l-Azim, nicht die Sunniten sind falsch, die Schia sind diejenigen, die die Fitna gemacht haben und die das Unwahre verbreitet haben und die bereit wären, uns alle auszulöschen, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten. Und ihr seht, Ahl-Sunna handeln immer gerecht und mit Barmherzigkeit. Und wir sagen nur das, was unsere Religion war, was unsere Religion sah. Und wer kam jetzt mit den mehrdeutigen Beweisen und wer mit den eindeutigen Beweisen? Und wir werden auch natürlich darüber reden, liebe Geschwister, wem gehörte das Khalifat? War Abu Bakr der rechtmäßige Nachfolger vom Propheten, sallallahu al-Hassan? Oder Ali ibn Abi Talib? Und wenn wir noch Zeit haben, werden wir noch über ein, zwei Dinge reden und dann sollte auch genug sein, denn ich denke, wir wollen auch nicht unsere Herzen zu sehr verschmutzen mit manchen Aussagen, die uns sehr, sehr wehtun. und leider, wir müssen das nur euch mitteilen, damit ihr auch wisst, wer diese Gruppierung ist. Habe ich etwas Gutes gesagt? Ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt? Ist es von mir und von As-Shaytan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanahu wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilik. Wir werden diesen Livestream schließen und dann innfelschen.